Hallo Leute, wir machen jetzt mein Schatz Frodo Teil 3 mit Justin. Los geht's! Nein, wir dürfen ihn nicht benutzen. Der Ring hat böse Kräfte. Wir könnten damit die ganze Welt auslösen. Wir möchten ihm ja Frodo geben. Nein, das ist mein Schatz. Nein, tu es nicht, weil du es nicht. Ich werde es nicht verlassen. Nein, ich werde es nicht tun. Nein, nein, ich werde es nicht tun. Doch, wirst du, das ist nämlich mein Schatz. MEIN SCHAAAAT!